Wir rechnen jeden Augenblick mit dem Beginn des... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, Klasse, du bist auf der Pole Position. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir, dass wir uns das aufregenden Qualifying entspannen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Okay, das ist ein sehr guteruer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, wir sind jetzt in Runde 3, das DRS wurde aktiviert. Wir sind jetzt in Runde 3, das Drs. Wir sind 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 in Runde 3, das Drs. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018